Willkommen bei einer neuen Folge von Umbrella Woodworks, dem rockigsten YouTube Bastel Channel. Wenn ihr wissen wollt, wie man sich so ein Bartschränkchen selbst bauen wollt, dann bleibt dran und schaut das Video bis zum Ende. Warum Bartschränkchen? Ganz einfach, bei diesem Unterschrank für meine Bandsäge, habe ich hier unten, ich weiß nicht ob man es jetzt in der Kamera sieht, aber wer mein Video kennt weiß, ich habe hier unten so eine Zierleiste aus Holz gemacht. Im Bart ist es aber so, dass man feucht wischt auf den Fliesen und dieses Pressspanholz saugt natürlich die Feuchtigkeit, wenn irgendwo Wasser hinkommt, sofort auf und dann bläht es das Holz auf. Das wollen wir nicht und genau aus dem Grund machen wir unten Möbelfüße hin. Möbelfüße ganz einfach mit einem kleinen Abstand zum Holz, so kann man darunter schön rauswischen oder rauskehren und das Holz bleibt geschützt und wir haben trotzdem einen schönen Schrank. Den bauen wir uns ganz einfach selber. Es ist eigentlich relativ einfach, Korpus, ein paar Türen, Topfscharniere und ein paar Einlageböden. Und das ist einfach in der Größe, so wie es wir brauchen und schon ist er verdeckt. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Als ersten Schritt heißt es natürlich Bretter auf Maß zusägen, so wie wir es brauchen. Für viele gibt es die Möglichkeit, man holt sich die fertig auf Maß zugeschnittenen Bretter vom Baumarkt. Habe ich auch probiert, habe ich ganz schnell wieder zeigen lassen. Ich habe mir die Bretter angeschaut, weil es sollen ja weiß furnierte sein. Habe mir ein, zwei zuschneiden lassen. Und ich weiß nicht, entweder ist bei denen ihrer Plattensäge, bei denen ihrer Striebig, das Messer stumpf oder ich weiß es nicht. Aber ich hatte Ausrisse drin, das ist echt nicht mehr feierlich. Also Ausrisse am Holz vom Furnier, 5 Millimeter oder so, 6 Millimeter Ausrisse. Und wenn ich da hinterher einen Schrank daraus bauen will, das kann man vergessen. Das sieht einfach nur noch scheiße aus. Ja, jetzt habe ich mal weiß furnierte Bretter geholt. Habe sie selber noch zugeschnitten auf Maß. Natürlich habe ich jetzt auch ein bisschen Ausrisse, weil mein Sägeblatt ist auch nicht mehr das neueste. Aber es ist wirklich bei Weitem besser als wie bei den Brettern, wo ich mir gedacht habe, ihr holt sie vom Baumarkt. Also wie gesagt, Schritt Nummer 1, Bretter auf Maß zuschneiden. Und dann würde ich euch den Tipp geben, beschriftet euch die Bretter so, wie wenn ihr zum Beispiel einen fertigen Schrank kauft aus Ikea oder sonst woher. Da stehen auch immer Nummern drauf. Eins für links, zwei für rechts und so weiter. Macht es genauso, habe ich bei meinen Schränkchen da drüben auch so gemacht. Links, rechts, geschriftet das einfach ein Kreppband drüber und schreibt es drauf. Dann kommt ihr nicht durcheinander mit den Brettern welches welches ist und nehmt am Ende irgendwen Falsches. Das machen wir jetzt schnell, dann geht es weiter. Das einzige was wir jetzt noch schnell machen, bevor wir den Korpus zusammenschrauben, ist Löcher zu bohren für diese Einlagebödenhalterungen für diese kleinen Plastikknobbel hier. Wo man dann rein steckt und wo die Einlageböden drauf liegen. Und das machen wir jetzt vorher, bevor wir es zusammenschrauben, weil es einfach in Liegen besser geht die Löcher rein zu machen. Normalerweise gibt es hier so Lochschablonen, wo man sich jetzt Löcher im gleichen Abstand machen kann. So eine habe ich nicht. Werde ich mir noch zulegen eines Tages, aber jetzt besitze ich es noch nicht. Also mache ich es ganz einfach. Ich weiß, dass ich zwei bis drei Einlageböden brauche bzw. machen muss. Also mache ich einfach drei Löcher. Bei 30, 60, 90 habe ich mir jetzt angezeichnet. Und dann nehme ich hier die Lochschablone, damit ich immer den gleichen Abstand nach innen habe. Die ist eigentlich für die Topfscharniere gedacht, aber die eignet sich hierfür auch. Als nächstes schrauben wir den Korpus zusammen. Ich habe mir jetzt hier mit so einem Eckspanner geholfen. Ich weiß gar nicht mehr von wem der ist. Ich glaube Bessi oder so. Der hilft mir ein bisschen das ganze festzuhalten, damit ich nicht das Brett halten muss, während ich schraube. Der hilft mir hier ein bisschen. Ist im 90 Grad Winkel. Und somit kann ich jetzt den Boden an die Seitenwände schrauben. Ich mache hier einfach eine stumpfe Verbindung mit Schrauben, weil von unten sieht man es eh nicht. Von der Seite sieht man dann auch nichts, weil links und rechts davon sind Fliesen bzw. die Mauer, weil es in so einer kleinen Nische steht. Ich schraube das jetzt einfach schnell zusammen und dann geht es weiter. So, als nächstes geht es ans Kantenumleimen. Das heißt diese Sichtseiten hier verschönern mit dem Kantenumleimer. Ich denke mal das kennt jeder. Den schneidet man sich am besten im Vorhinein ein bisschen auf Maß zu, so wie man braucht. So, und zwar gibt es hier solche bohrschablonen die gibt es von unterschiedlichen marken die gibt es von hätte ich von sotech und so weiter da ist alles ganz genau aufgeschrieben erläutert wie man das macht es gibt einmal für die 730 mm lochreihe und einmal für die 28 mm lochreihe vorlage das kommt jetzt darauf an wie groß das topfscharnier ist ich brauche für die 730 mm das heißt ich drehe es jetzt erst mal rum dann suche ich mal einen punkt wo ich die scharniere rein machen möchte und zwar nehme ich dann die zwei äußeren da ist der abstand auch genau angeschrieben dann mache ich hier in diese zwei die zwei markiere ich mir hier habe ich gleichzeitig den abstandshalter der ist später noch ganz wichtig sagen wir die zwei markiert das gleiche machen wir jetzt auf der oberseite durch diesen abstandshalter hier habe ich jetzt immer die gleiche tiefe und diese vier markierungen die bohr mal schnell ein so und jetzt kommt der wichtigste teil auf der gegenüberliegenden seite sind zwei so zapfen die können wir dann genau in diesen bohrlächer einhaken wie gesagt 37 mm lochreihe genauso damit wir es lesen können nehmen wir es jetzt und haken es in die zwei bohrlächer ein jetzt führen die türe was lang soll bündig ran wenn man sie hier bündig dran haben haben wir hier wieder den vorteil dass man hier gleich diesen abstandshalter haben und dieser abstandshalter ist wichtig später für den richtigen abstand wenn man die türe auf und zumachen sonst kratzt sie mit der rückwand jetzt liegt sie richtig dran und jetzt haben wir hier weitere markierungen beziehungsweise bohrhilfen und zwar für verschiedene topf scharniergrößen wir brauchen den 35 mm durchmesser ist auch hier schon was vorgemerkt hier reiße ich mal einfach wieder mit dem bleistift meine bohrung an wo das topf scharnier sitzen muss fertig das gleiche machen wir jetzt hier oben noch abstandshalter dazwischen eine markierung anzeichnen wo das 35 mm loch rein soll fertig so als nächstes bauen wir jetzt die Pfosten rein die ihr seht ich habe ja schon etwas kriminell wirklich kriminell mir geholfen aber es geht gerade nicht anders ich habe keine einzige freie werkbank oder sonst was jetzt nehme ich den stuhl kurz als halte bock wir bohren hier ja auch nicht durch wir sollen nur circa zwölf millimeter rein so und jetzt können wir die scharniere schön einbauen wir können hier arbeiten zu kriminell scharniergrößen und den ersten So jetzt schrauben wir noch schnell hier Rollen fest. Warum Rollen mit Absicht Rollen? Der Kunde bzw. derjenige, der das Schränkchen bekommt, möchte unten statt Möbelfüße Rollen dran haben, dass das Schränkchen rollbar ist. Das machen wir jetzt schnell. Jetzt schrauben wir die 4 Rollen hier hin und stellen wir das gute Stück mal auf. Also ich finde den Kantenschneider von Wolfkraft echt mega geil und mega hilfreich. Ich finde es geht wesentlich besser, einfacher und genauer als wie mit einem Tabeziermesser oder mit einer normalen Messer. Ich habe jetzt hier eben gerade noch schnell meine Einlagebrettchen oben Kanten umleimt auf der Sichtseite. Und jetzt nehme ich einfach, hoppla, alles weg da, was im Weg ist, nehme ich jetzt wirklich einfach nur diesen Schneider, legen an, fahre hier entlang. Das Ganze geht in einem Zug wirklich wunderbar. Ich habe eine wirklich schöne und scharfe Kante. Ich habe jetzt nur noch schnell hier zwei Möbelgriffe installiert. Ich denke mal, das brauche ich nicht extra zeigen, das bringt jeder fertig. Ihr messt das gleiche Maß aus, je nachdem wo ihr sitzen haben wollt, hier mittig oder oben. Ihr messt das am linken und am rechten Brett aus und bohrt dann durch und schaut euch so ein Möbelgriffe hin. Ich denke mal, das kriegt jeder so hin. Durch das, dass wir die Löcher für diese Einlegebödenhalter im Vorhinein schon gebohrt haben, tun wir uns jetzt eben leichter. Und müssen jetzt nicht mehr im stehenden Schrank irgendwo hin und her messen oder sonst was. Wir fügen jetzt einfach die nur noch schneide Löcher ein. Jetzt brauchen wir nicht irgendwie blöd im stehenden Schrank da hin und her bohren und so weiter. Ich finde es geht einfach wirklich viel einfacher, wenn man das im Vorhinein macht, während man das Brett noch vor sich liegend hat. Jetzt geben wir schnell die Einlegebretter rein. Es gibt hier vom Hersteller kostenlos solche Abdeckungen mit dazu, wo man die Schrauben abdeckt und ich finde es sieht einfach ein bisschen schöner aus. Und die machen wir jetzt hin. Die werden einfach aufgeklipst. Zack, einmal. Zack, zweimal. Schauen wir mal, ob es hier auch noch drauf geht. Ja, geht drauf. Zack, dreimal. Einfach draufklipsen. Zack, fertig. Ich finde, so sieht es jetzt wesentlich schöner aus. So, das war's. Unser Schrank ist fertig. Mit Soft-Close-Türen. Finde ich echt top. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Geht mir bei euch.